Hallöchen, ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Wir sind hier abermals im Wüsten-Tanschen, weil die Zocke fehlen tut so viel. Ja, ich schüttere Kanter da. Langsam. So, weg mit dir. Au. Ah, was schon. Weil ich heute so viel fehlen tue, müssen wir das hier nochmal machen. Ja, und hoffen, dass ich dieses Mal es unbeschadet und heil zum Boss dieses Dungeon schaffe. Tja, die Wetten stehen. Ja. Eins zu einer Million gegen mich. So. Ähm. Ich wollte nur den Haufen hinmachen, irgendwie hat das nicht hingehauen. Der hat da drüber weggeschossen. Der hat das kann, du. Halt. Jawohl, hin jetzt auch. Wow. Na, du Gauner. Hab dich erwischt. Warte, Vorsicht. Halt da. Nerf nicht, Mann. So, geht ja. Ha, erwischt. Nochmal erwischt. Super. Okay. Und nächster noch. Zack. Und jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Nix da. Jetzt aber. Jetzt aber. So. Hinterbärchen. Okay, hier gibt's nix. Ähm. Wir gehen weiter. Zurück. Und der Ruf würde ich sagen. Aha. Den brauchen wir noch nicht da. Zack. Okay. Und du auch. Passt. Und du auch. Äh. Okay, ja. Schwubdiwub. Schwubdiwub. Schwubdiwubwub. Alter. Und. Und. Sarah. Jetzt macht auf einmal die Dinger hin, ne? Also. Ganz komm ich da nicht mit. Schön. Nur die großen oder wie? Nur die großen Haufen oder was? So. Du bist ja mal eigentlich erwischt. Den hab ich nicht erwischt leider. Aber darf jetzt. Ah. Jetzt fall ich runter. Super. Aha. Da wird die Ebene gewechselt. Das brauchen wir noch nicht. So. Aber gleich. Okay. So. Nix wie weg. Da haben wir noch zwei Abteilungen, die ich gerne mir anschauen möchte. So. Dann nehmen wir mal ein Blatt. Sehr fein. Da unten war nix, ne? Nein. Dann schauen wir uns hier um. So. Dann haben wir auch geschafft. Oho. Oho. Sehr gut. Ist hier was drin? Ja. Okay. Eine Truhe. Alter. Ha ha. Nix erwischt. Ha ha. Nix erwischt. Ha ha. Alter. Sehr fein. Wow. Machen wir den da um zuerst. Super. Okay, dann habe ich ihn nicht mehr so recht erwischt. Dafür den hier. Und vielleicht den auch. Jawohl. Das ist super. So, her mit den schönen Sachen. Und rauf mit uns. Gut. So, dann haben wir da drüben noch ein Räumchen. So, zack, zack. Das ist schön. Da kriegen wir schön viel Gelee. Was wir eh brauchen. Wow. So. Geschafft. Hallo. Ach, jetzt sag bloß, da ist schon wieder so ein Bug. Da komme ich jetzt exakt nicht so ganz mit. Das ist lästig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist echt lästig. Da kommen wir ja nicht weiterkommen. Ich fürchte, da muss ich wieder die radikale Methode machen. Einfach sobald der Ebenenwechsel da ist, einfach abhauen. Das ist richtig doof. Das gefällt mir gar nicht. Was soll denn das? Warum darf ich denn da nicht mehr weg? Oder nicht mehr weiter? Wahrscheinlich haben wir die Gegner zu schnell umgehauen. Und das System kommt nicht mehr mit, dass die eigentlich schon kaputt sind. Ja, ja. Begrüße. Wie immer. Ja. Halt, warte. Geht mehr? Tatsächlich zwölf Stück. Hier, den nehmen wir gern. Passt. Ja, jetzt haben wir echt versorgt. Soll ich ein paar auf Lager legen? Ich denke, oder? Bevor ich die verliere. Aber oben bleibt, würde eh alles gespeichert bleiben. Ich nehme sie hier rein. Ich würde sagen, so. So ist, glaube ich, gut. Na, nur, ich stecke schon wieder fest. So. Und rein wieder in den Dungeon. Das ist halt echt ärgerlich, ne? Muss ich schon sagen. Ich stecke fest, ich stecke fest, ich stecke fest, fest, fest. So. Dann halt nochmal von vorn. Ich werde jetzt einfach mal schauen, dass wir zum Boss kommen, weil jetzt wird es echt langweilig. Hm. Würde ich sagen. So. Also, so kann das nicht mehr weitergehen. Opala. Na nun? Was war denn das jetzt gerade? Schau mal. Ich komme ja zum Gegner hin. Sachen gibt's. Schau. Voll komisch. Na ja, egal. Also, sobald wir jetzt den Übergang haben, hauen wir hier ab. Und die nächste Abteilung. Und gut, das war sonst da, wie wären wir da echt nicht mehr fertig. Gar keine Chance. Da wechseln wir gleich mal die Waffe. Da wird sich der 200... Besser auszahlen, wollte ich gerade sagen. Na, jetzt schau. Schon wieder selber. Ich komme da jetzt nicht mit. Was, was soll das? Ich habe jetzt absichtlich Schaden genommen. Wenn ich jetzt einfach wissen wollte, warum duzen. Ah, da ist was. Ah, hör auf. Okay, es war kein Bug. Es ist ein Rätsel. Ja, das muss man auch wissen. Du Scheißdreck. Jetzt haben sie uns Damage gekriegt. Aha. Das ist gut zu wissen. Okay, das muss ich mir merken. Das habe ich nicht gewusst. Mist, wird dieses Doppel komisch vorkommen. Aber ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass das ein Mechanismus ist. Ja, man lernt nicht aus dem Spiel. Okay, vergesst es. Ich habe dem Spiel wieder mal Unrecht getan. Es ist nichts mit Bug. Alter, ihr... Ihr... Ihr Clowns, ne? So. Komm her. So, so, so. Kann man hier was bekommen? Ja. Ja, eine Trühe. Also mit sowas habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ist wahrscheinlich aufgefallen, ne? Ja. Super. Boah. Das ist eine Spitzenkombination. Dem kann man nichts hinzufügen. Aber... Ja, passt. Wollte nämlich gerade sagen, wir können das super jetzt ausnutzen eigentlich mit den zwei Händen. Und nichts wie rauf. Alter Schwede. Manchmal weiß man echt nichts drauf zu sagen. So, wo bist du, du Krautscher? Boah. Hast gerade gesehen, wie der geschleudert hat. Voll ums Eck. So, da stehen wir gut. So, muss das auch schon halten. Nicht weg. Jawohl, erwischt. Oh, da geht es runter. So, aha, das ist auch super. Ein paar Items. Das ist immer fein. So. Nach oben, bitte. Und schieß. Und nächster. Das ist scheiße. So, zack, zack, zack. Zack, zack. So, ist hier auch noch was. Nein. Hier ist nix. Was zum Heilen, das wir da mal nicht brauchen, weil wir sind noch geschützt. Zack, zack. Oh, alter. Au. Alter, mit dir stimmt auch was nicht, ne? So. So. Sehr gut. Okay, wir sind voll. Das heißt, wir mischen was bis entsorgen. Ich würde sagen, die hauen wir weg. Ich würde nämlich wirklich gerne jede Seile mitnehmen. Wir sind voll. Dann würde ich sagen, hauen wir den da weg. Und in Gottes Namen, den da auch. Ich glaube, ich bin jetzt falsch gelaufen, ne? Weil ich schlau bin. Alter. Das war's, sehr gut. Zack, zack, zack. Nein, ich will nur schauen, was da drüben ist, bitte. Die können wir mitnehmen. Einmal gebürtigst schnaufen. Den tu jetzt weg. Es ist mir wurscht. Der Wüstenstein. So. Nimm das. So. Dann hier oben. Alter, schieß. Alter, was ist das da immer für ein komisches Buggylein? Geht ja. Und Ebenenwechsel, das machen wir auch gleich sofort. Und tschüss. Dann verlassen wir wieder den Dungeon. Leeren unsere Taschen aus. Gehen wir wieder in den Dungeon. Machen die Taschen voll. Gehen aus dem Dungeon raus. Machen die Taschen leer. Ja, ihr wisst, wie's geht. So, und... 35 Gegner getötet. Na, super. Das ist jetzt nicht so viel, ne? Begrüße, servus, servus, grüße. So, und voll machen. So, 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 so. Oh, wir werden voll. Oha. Ja, was soll man denn das hinschreiben? Ich würde sagen, nehmen wir gleich den da, oder? Zum vollen weiter voll machen. Ich höre schon die Kassen klingeln bei uns. Irgendwas wollte ich doch aufwerten, oder? Ach ja, den zweiten Bogen. Ach, lassen wir das mal. Und? So. Ja, du, nur brav speichern, unsere Schätze. So. Und Ebene 2. So. Ich habe die falsche Waffe ausgelöst. Naja. Und der Dungeon. Wow, ich verstehe. Ich verstehe. So, jetzt haben wir... Rollinis. Die waren glatt. Sehr schön. Und der nächste. Sehr schön. Wow. Zack, zack, zack. Super. Aber unten ist natürlich nix. Hier haben wir was. Uiuiuiuiui. Alter. Der setzt uns jetzt wieder ganz schön zu, ne? Puh. So, ballert den weg. So, ist gut. So, was haben wir denn da drin? Zerstört Fluch-Effekt von einem Gegenstand in angezeugter Richtung. Zerstört bei Rückkehr den Gegenstand in diese Richtung. Den werden wir mal da hin tun. Und die beiden tun wir mal da schön am Rande. Die sind unsere Joker wieder. So. Passt. Zack. Du auch gleich, zack. Alter, ich kriege mehr Damage. Ja, ich hoffe, der verbrutigt jetzt. Nein, nix da. Brauche ich gar nicht glauben, ne? Aber jetzt. Okay. Jetzt haben wir ihn. Super. So, ich muss da rüber. Hork. Äh, natürlich kriege ich aufs Maul. Ist eh klar. Okay, da ist nix. Nicht jetzt. Aber gut. Ähm, zerstört Fluch-Effekt von Gegenstand in angezeigter Richtung. Dann machen wir Tata und Tata. Und dann können wir gleich eigentlich einmal schauen, was wir da Tolles haben. Ja. Okay. Der geht echt zum Hinmachen, der. Nö. Okay, der kapiert. So. Ja, schön erwischt. Wir warten, bis er war anders, wie es erwischt. Dass es kümmer die Sache wird. Haha, nix erwischt. Da. So, ist gut. Schauen wir mal, ob es da unten was gibt. Nein. Gut, dann können wir wieder gehen. Aba. Lava. Langsam. Der Boden ist der Lava. Auch hier ist der Boden Lava. Da. So. Zack, zack. Ähm. Dann wischen wir hier wieder Ruf. So, ein Skorpionchen. Und hier da noch mehr Skorpionchen. Aha, da ist was. Hat es geschehen. Na los. Baller ihn weg, Alter. Der geht auch noch. Das kriegen wir hin. Oder auch nicht. Wow. Wohl doch. Das ist, glaube ich, nicht so schlecht gewesen. Da hat es geglitzert. Darum gibt es auch schon was. Was? Nix. Ist das jetzt eigentlich ein Geheimnis? Oder ist hier wirklich nix? Da ist echt nix, ne? Na ja. Zack, zack, zack. Hm. Zack, zack, zack. Alter. Alter. Alter Schwede. Alter Schwede. Du warst, der ist hin, der ist auch hin. Das ging ja super. Buh, 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 Buh. Das weiß ich nicht, da habe ich keine Ahnung. So wie eine Bombe gibt es hier halt auch nicht. Ein kurzes Entspannungsbad. Du bist auch gegenstinken. So. Und jetzt ballern wir dich weg, Freund. So. Und weg ist er. Sehr, sehr fein. Und das ohne, dass wir Damage gekriegt haben. Wow. Ui. Der wird jetzt, glaube ich, böse. Der wird, glaube ich, böse. Autschi, Autschi, Autsch. Ja. Ich hoffe, der kann mal schnell down. Sehr gut. So. Was haben wir hier schönes? Zerstört Fluch, Effekt, Gegenstand in angezeigter Richtung. Würde ich sagen. Okay. Das mal. Okay. Das war jetzt nicht unbedingt das, was ich mir dachte. So einmal. Und so einmal. Aha, da haben wir das da. Das Löteisen will ich unbedingt mitnehmen. Wie viel bist du wert? Okay. Dann können wir den Staub, den komischen, da wegtun. Und den Sand dafür mit. Ah, na. Umgekehrt. Den Staub nehmen wir mit. Und hier ist nix. Nein. Oh, falsche Waffe. Würdest du umrüsten? Danke. Passt. So, 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 so. So. So vielleicht. Okay, das war ein Schuss. Dann finde ich aber das jetzt besser. Darüber bitte. So. Ach Gottchen. Wollt ihr jetzt bald einmal hin? Geht ja. Das ist unglaublich. So. Sammel, sammel, sammel. Okay, da geht immer zum Sammel. Hm, da können wir den noch loswerden. Ja. Was haben wir hier noch Schönes drin? Wieder sowas. Zerstört den Flucheffekt. Ob das jetzt auch schon klappt? Nein. Ähm, Gegenstand, Tasche. Oh, da können wir was decken. Hoppala, das habe ich total übersehen. Entschuldigung. Ähm. So. Dann. So. Perfekt, das können wir was decken. So, das können wir kaputt machen. Da. Das können wir mitnehmen. Und das. So, jetzt passt's. Da. Schwa. Schön ballern. Halt. Au. Passt. Sehr gut. Sind wir jetzt schon die dritte Ebene oder sind wir jetzt da noch in der zweiten? Bossraum ist das noch keiner, ne? Würde ich sagen. Gehen wir mal rein. Oder. Werden wir gleich sehen. Na. Jetzt haben wir getreten, ne? Jawohl. Und das erste, was wir machen, ist natürlich uns Sachen in Sicherheit bringen. Ja, bitte. Ja. Super. So. Das zudem. Und dann hoffe ich mal, dass wir dieses Mal es schaffen, diesen blöden Dungeon zu klüren. So. Das machen wir dann später. So. So, 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 so. Ich glaube, wir sind voll hier. Du, da wären aber noch Plätze frei da, zum Beispiel. Was soll denn der Schmarrn? Wollen wir das schon manuell machen? Er ist verwirrt. Er kennt sich nicht aus. Keine Chance. Das System ist verwirrt. Das ist unglaublich. Wie kann das passieren? So. Und der Rest kommt wieder da rein, ne? Zack, 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 zack. Und zack. Bam, ba-da-bam. Dann können wir wieder Tränke brauen. Und dann werden wir den Part beenden. Wahrscheinlich geht es sich aus. Zumindest in den Dungeon kommen wir nochmal zurück. Begrüße. Ich hätte gerne Tränk. Sechste Stücke. Ich schaue. Danke, gnädige Frau. So, wir haben, hoppada. Jo, das lasse ich so. Das ist unsere Notration. Vielleicht haben wir Glück und können den Boss besiegen. Dann hätten wir auch schon den Tech-Tanschen zum Öffnen. Das wäre super. So, und. Und da es jetzt gerade so super ist, auch mit Speyerin, würde ich sagen, ist der Part ein bisschen kürzer. Dafür habe ich je bei den anderen ab und zu extreme Überlänge. So gleicht sich das eher ein bisschen aus. Weil dann können wir im nächsten Part schön super hier weiterspielen. Jo, sonst übersehe ich das Ganze gerade. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.